geschenk öffnen geschenk öffnen du kannst doch was trinken nee ich will erst mein geschenk öffnen nein du gehst erst was trinken geschenk öffnen trinken ist mir egal ein geschenk öffnen heute nicht was öffnen wir heute ich mache erst mal die socke habe ich auch gemacht wir melden seine stinke socke irgendwas irgendwas öffne frostige beute ach das ist da easy die heißblöcke da weißt du wo gleich fünf stück sind die liegen überall auf der map aber das nervige ist du musst die halt abbauen ich hab einen waffen skin bekommen ich hab noch eins zwei drei vier fünf sechs geschenke zum öffnen ich hab einen skin bekommen also ich hab den weihnachtsraum bekommen also lila lila mir war blau lila pink pink blau pink ok eins groß oder klein klein den habe ich gestern schon geöffnet da ist was gutes drinnen bestimmt mal was ist drin nur jetzt irgendwo ich hab jetzt meine auf meine aufnahme jetzt auch einfach gestartet ok ladebildschirm und banner passt leute es gibt was neues aus dem tresor auf die trommelschrotflinte spinn da gucken wir mal hier rein ja ich ges- herr benni hat jetzt auch diesen skin mhm jetzt könnte man zu viert als weihnachtsbaum rumrennen aber mir gefällt der nicht mir auch nicht aber ich nehme ihn trotzdem ich nehme ihn so lange wie ich keinen anderen finde ich habe nämlich keinen anderen es ist schade dass man keine skins verschenken kann so aus dem season pass dass die bei ihrem verschwinden und bei dem anderen dann da sind weil da hätte ich euch jedem hingegeben macht ihr bereit? in der melde es gerade was trinken ich kann ja noch eine neue gruppen kann ich kurz ähm oh sarah hat mir ein video geschickt ja mir auch ist das von ihrem handy? das hat sie mit dem handy aufgenommen wie sie ihr neues handy auspasst ok ne dann kann ich das jetzt nie angucken in der Aufnahme schreibe ich erst gleich schau ich mir nach der Aufnahme an Süße ich will Aufnahme schreiben und der schreibt mir Uf Ahmed was? was? was Uf Ahmed? alles klar Uf Ahmed 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 Wieso kommt mein Handy auf den Namen Ahmed? Ach ja Uf Ahmed них Uf Ahmed ist meine alten Heimatstadt bei dem ich immer Dönergreif hab der hieß Ahmad der wurde aber Ahmed vaih Ahmed geschrieben Der ist richtig cool, der hat jetzt eine eigene Volleyballmannschaft, die er trainiert. Das ist voll cool, der ist AFK, was trinken holen. So ewig braucht man doch nichts zum Trinken. Ja schon, vielleicht geht er noch Pipi machen und 5 gegen Willi spielen. Nein. Ach schon, das ging aber schnell. Ist der Willi so schnell fertig geworden? Das war nur ein Ausreden, wir biessen alles. Melvin? Was? Was? Das ist mein Sticker. Nein. Nicht mehr Melvin, nicht mehr. Doch. Nein, das bleibt mein Zau. Aber ich benutze ihn bei jedem. Dukek. Was denn? Den Ramilein, also den Ramon-Emoji? Nein, den Dukek-Sticker. Den Dukek-Sticker. Immer wenn ich irgendwas schreibe, zum Beispiel irgendwie, ich schreibe jetzt den Namen Benni, dann schreibe ich den Sticker Dukek. Und dann schreibe ich weiter. Und dann schreibe ich zum Beispiel auch, wie geht's dir? Den Sticker Dukek. Mach ich immer. Mach ich bei jedem. Außer bei mir. Außer bei dir. Warum? Einfach. Melvin. Hast du Angst vor mir? Nein. Sicher? Sicher? Ja, Melvin. Ja. Ich hab Ike das gestern wirklich ausgerichtet, ne? Ja, aber das Dukek war nicht an Ike gerichtet. Anscheinend schon. Anscheinend ja nicht. Was? Lass zu zweiteln, dann kann Benni seine Weihnachtsaufgabe erfüllen. Was denn? Welche? Mit dem Tannenbaum öffnen. Hab ich doch schon längst. Achso, hast du schon. Wow. Gut, lass trotzdem zu zweiteln. Am Strand schneitest, Leute. Der ist sogar vereist am Anfang, am Rand, wenn das so aussieht. Oder? Ne. Ich glaub nicht. Dorte? Natürlich. Doch, ist er. Ist vereist. Doch, doch. Das ist vereist. Doch, der ist vereist. Aber nur wirklich ganz wenig vom Rand. Mein Haus. Ne. Ne. Hä? Was hast du denn? Ist doch Latte. Mein Haus. Mein Haus. Mein Haus. Mein Haus. Mein Land. Welche? Ne. Du bist auf meinem Haus gelandet. Ist mir doch egal. Hä? Ist mir doch egal. Oh. Das ist die neue. Das ist die Schoflinde. Gut. Egal. Das finde ich geil. Ich hab Lichtschwörter. Markieren. Moment. Ich muss die Kiste erstmal sehen. Ich hör sie bis jetzt noch. Ich hör auch ne Kiste auf uns. Oh. Oder mehr. Oh. Geschenk. Ich hab den Dreirod noch kein Geschenk gefunden. Und Ike findet ihr am Haufen laufenden Band. Ich hab schon wieder vergessen Gruppenhilfe anzumachen. Ja. Geschenk ist jetzt oft gemacht worden. Das ist jetzt. Äh. Ja. Das ist halt Benni. Ich kann das alles up. Ähh. Schnell mal Trank, ja. Also, falls jemand braucht, ich hab ein blaues Sturmgewehr. Ich hab jetzt ein goldenes mit Scheitern vorausgekriegt. Ja, ich nehm gerne. Wo denn? Ich hab's bei mir im Inventar. Ich hab hier jetzt ein lilanes Sturmgewehr. Ok. Das war's für heute. Der Eikie singt Tralalalala Eikie Ja? Nein Warum? Was? Darf ich nicht singen? Hör auf zu singen Ja Eine goldene Piste, die nehm ich mit Okay Einfach mal aus einer normalen Kiste geholt Das ist mir auch schon passiert Ey Melvin, hier Damit das Drama nicht wieder passiert Hier? Hier Mülleimer Auto Wohnwagen Wo waren jetzt Lichtschwerter? In welchem Haus? In dem ganz großen In dem ganz großen Neuschen, da waren die Schwertchen Weil mein Lichtschwert Ist immer da Hat jemand Biggies? Einen Ich hab nur einen Mini laufen Ich hab vier Minis und einen Biggie Eikie darf ich denn saufen Eikie kannst du das Hier Mini mitnehmen? Guckst du mal wo ich bin? Doch man Eikie Aber ich hab jetzt ne sechs Minis Weil hier noch sowas liegt Ah Geschenk Ui Ne goldene Pam Ui Ich schätze mal du brauchst sie Und ich hab die Aufgabe nicht fertig Ich hab noch mehr Lichtschwerte Ich hab Bauern Mr. Reike helfen Reike? Reike Frau Reike Beine Häh Mache Hä? 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 Benny ganz schön große Klappe dafür dass du ein Biggie willst? Achja stimmt Kann ich ein Biggie? Das muss ich mir jetzt ganz stark überlegen. Ich brauche halt noch eine Sniper. Meli, du hast die Heilbezooka dabei, oder? Jep. Okay, da brauche ich also keiner. Oh, große Munitionskester, yeah. Jetzt habe ich wieder überall über 100 Schuss, läuft. So. Was ist los, Meli, bin du müde? Witzchen, ja, irgendwie schon. Bis wann warst du jetzt wach, Meli? Frag er, bis wann warst du heute wach? Bis wann warst du heute wach, Meli? Bis jetzt. Ich war jetzt bescheuert. Bis jetzt. Meli, wie lange warst du wach? Nachdem ich dich gemacht habe. Gehen wir in 30? 4. Ja, klar. Alleine gehe ich da nicht rein. Meli, das geht dann sowieso schief. Warum? Können wir machen. Weiß ich nicht. Du hast nur bis 1 telefoniert, oder 2? Ja. Dann hat er an sich rumgespielt, damit er endlich mal einschläft. Und dadurch ist er dann noch wacher geworden. Achtung. Beschossen. Ja, von hier hinten irgendwo. Ja, da vom Hügel. Nein, da. So, wo seid ihr? Da, wo du nicht bist. Ja, merke ich. Ich seh... Danke. Ich seh die nicht mal. Unter den... Zwischen den Bäumen und uns. Ach, das sind zwei verschiedene. Scheiße, ey. 22er Hit. Noch ein. Der eine ist weg. I drop my Biki. Moment. Darko lebt noch. Ich will mich hier vorher ein bisschen in Sicherheit bringen. Da braucht er einen. Aber lass, die müssten in der... Zone sein? Naja, nicht ganz, aber... Also, da fehlt mindestens noch einer. Ja, den werden wir in der Stadt uns dann schnappen. Ja, aber die kommen ja nicht aus der Stadt. Ne, aber die kommen in die Stadt rein, weil die looten wollen. Das hier ist mein Haus. Das mein Haus. Ich brauch... Mein Haus. Die ist noch komplett ungelootet. Also jeder hat hier ein Haus, Minimum. Geil. Oder zwei Häuser. Nehmen wir erst mal den Tannenbaum hier. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, ja. Oh, hier waren doch schon welche. Achtung, Gegner. Da ist der Letzte. Yo. Benni, hilfst du mal? Ja, warte, wo bist du denn? Oder irgendwer schießt schon drauf. Ist genockt. Danke für den Kill. Danke für den Kill. Oh, Geschenk. Ähm, Gegner. Hier, Mevin. Was ist das? Was ist das? Selben Schussgewehr. Ja. Nein, ne. Oh. Darko, ich hab das für ein Dings gelassen. Ja, Mevin, hier. Ich kann mir das gar nicht umgeben, darum. Ach so. Okay, dann. Äh, warte mal, was mach ich denn hier? Brauche ich der Snaper? Ah, nee, da ist der Snaper. Ich brauche ihn hier gar noch. Mevin. Das reicht nicht, Moni, das reicht nicht. Mevin, komm mal hier rein. Da, Biggie. Da kann ich nämlich meine Granaten wieder aufsammeln, so. Gut, geht das. Jenny, bei dir. Achtung, wer hat beschossen von irgendwo. Ja, ja. Ja, von der Tanke ist noch einer. Hat ein Hit. Ja, der hat ein paar Hits. Ja, Frischfleisch. Frisch, Bruder. Der ist tot. Ja. Ja. Nee, schröre. Hat doch nichts anderes verdient. Oh Gott. Oh Gott. Äh, hier ist die neue Waffe aus dem Tresor. Nee, Quatsch, da. Komm mit. Was macht das? Ach ja. Nein. Das ist... Ich weiß es nicht, was er macht. Das ist ein... Das ist deine Lieblingswaffe, äh, mit mehr Munition. Leute, wir müssen alle zusammenbleiben, damit wir uns nicht verlieren. Warte, warte. Ja, ich komme. Aike, du bist so langsamer als ein normaler Gamespieler. Nein. Ist genauso schnell wie im Sprint. Ich kann dich mit dem Sprinten überholen, aber... Ja, ein bisschen. Alter, das ist ein heftiger Schneesturm. Also man, Snipern-Bally, viel Spaß. Aber ich finde das geil. Ich habe auch nichts dagegen, das ist cool. Ja klar. Mit dem Snipern kann man ja trotzdem noch was zu Ende. Das bringt mal mehr Luft. Ich kann mit Snipern mehr sehen als mit dem normalen Auge. Ja, ganze Sache. Boah, geil. Bam, 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 bam. Oh, oh. Hey, geil, man kann unter Wasser noch alles sehen. Hä? Ja, lass zum Lootdruck, oder? Können wir machen. Wir müssen auf Gegner, äh. Hören musst du auf Gegner. Viel sehen tust du nicht. Ja, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Ich werde aber beschossen. Aike. Hier wurde aber halt schon gelootet. Vielleicht sind hier noch welche. Ja. Oh, das gibt so ein kaltes Gefühl. Wie ist es denn? Das ist geil. Benden mitgeschossen. Ja, hinter der Base hier. Ja, hier oben. Fighten. Hier ist eine Aufrüstwerkbank. Oh. Oh. Leute, er ist Gegner, Benni. Da kann du. Ja, der hat ein 33er Schild hit. Hier drüben. Komm, Oberflächen. Vorsicht. Oh ja. Oh, aua. Der hat ein Schild weg. Leute, ich kann mir kurz immer bei den Gegner helfen. Der hat als einziges, glaube ich, ein Lichtschwert. Danke, Benni. Ich schätze mal, dass du ihn abgesnipert hast. Ich habe niemanden abgesnipert. Da ist eine Müllzone. Er ist tot. Komm. Melvin. Baller. Nee, die hitfen direkt. Haben sich gleich meine goldenen Sachen geschnoppt. Scheiße. Passt auf. Passt auf. Nein, da kam auch einer. Ich wurde mit einem ungewöhnlichen Dreieck. Nein. O4-Eck. Ja, mit der Mauer. Die haben dann ganz schnell gewechselt. Wurde mir so erklärt. Okay. Und kurz Lobby. Weil Benni hat ja irgendwie Aufgabe fertig.